Man hört oft von den vielen positiven Effekten von Sport und Bewegung auf unseren Körper. Doch wo genau treten Anpassungen auf und wie können wir bestmöglich von einem adäquaten Training profitieren? Betrachten wir dazu einige Bereiche unseres Körpers genauer. Am naheliegendsten ist wohl der Einfluss von Sport auf die Muskulatur. Je nach Trainingsform wird diese größer, kräftiger oder effektiver. Aber auch Sehnen, Bänder und Knochen werden durch regelmäßige Bewegungen gefördert. Die Knochendichte steigt, damit werden die Knochen fester, die Gelenke werden geschont und der Bewegungsapparat wird insgesamt stabiler. Insbesondere durch Ausdauersport passt sich auch unsere Atmungskette mit einer erhöhten Lungenfunktion an. Durch die regelmäßige Bewegung kann mehr Sauerstoff geliefert werden und der Gasaustausch wird effizienter. Bei körperlicher Anstrengung benötigt die Muskulatur mehr Sauerstoff als im Ruhezustand. Dazu ist es notwendig, dass das Herz stärker und schneller pumpt, um mehr Sauerstoff in kürzerer Zeit mit dem Blut zu den Muskeln zu transportieren. Der Herzmuskel wird dauerhaft gestärkt und das Risiko für Erkrankungen wie Arteriosklerose, Herzinfarkt oder Diabetes sinkt. Auch andere Krankheiten wie zum Beispiel Krebserkrankungen treten aufgrund des verbesserten Immunsystems seltener auf. Der letzte Bereich, auf den wir hier eingehen möchten, ist das Gehirn. Sport verbessert die Denkleistung und Konzentration und kann Stress reduzieren. Zudem werden die Hormone Dopamin und Serotonin vermehrt ausgeschüttet. So fühlt sich ein aktiver Mensch fitter, beweglicher und ausgeglichener. Bewegung macht uns glücklich. Wir signalen eine große Abstand. Wir sehen uns beim wheelchen. Wir sehen uns beim Dasten. Vielen Dank.